Der menschengemachte Klimawandel und was wir dagegen tun können, das ist für die jungen Leute eines der drängendsten Themen überhaupt. Wie drängend es ist, das zeigen seit Jahren auch die Protestaktionen der Fridays for Future. Immer wieder setzen sie sich ein für ein konsequenteres Eintreten gegen die Klimakrise und für eine sichere Zukunft aller. Ihr Anliegen unterstützen wir als evangelische Kirche ausdrücklich. Denn die immer deutlicher werdenden, gravierenden Folgen des fortschreitenden Klimawandels machen deutlich, unser Leben inmitten allen Lebens auf dieser Erde, inmitten Gottes guter Schöpfung, es ist verwundbar, es ist verletzlich und gefährdet. Gemeinsam müssen wir alles tun, dieser globalen Herausforderung zu begegnen, als Gotteskinder und Menschengeschwister. Der Ruf zur Umkehr ist angesichts unseres deutlich zu langsamen Handelns in Politik und Gesellschaft mehr als berechtigt. Seit vielen Jahren setzen wir uns als Kirchen für Klimagerechtigkeit ein. Aber auch wir müssen mehr tun, um unseren EKD-Synodenbeschluss zur Klimaneutralität bis 2035 umzusetzen. Als Churches for Future wollen wir für die Bewahrung der Schöpfung sowie die Rechte der Menschen im globalen Süden und der künftigen Generationen eintreten. Die Zeit zu handeln ist jetzt. Deshalb rufen wir dazu auf, am Klimastreiktag am 15. September teilzunehmen und sich auch dort in weltweiter ökumenischer Verbundenheit für mehr Klimaschutz, für Klimagerechtigkeit und für das Einhalten des 1,5-Grad-Zieles einzusetzen. Also seid dabei beim Klimastreiktag am 15. September. Untertitelung des ZDF, 2020